Hallöchen liebe Freunde, hier spricht euer Solasto81 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Part von The Sims 3 Into The Future, obwohl wir bleiben ja nicht mehr hier in unserem kleinen Nest, wie angekündigt werde ich jetzt zum Haushalt Sabrina Fridolin wechseln, wie angekündigt. Ja, 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 bap, bap. Oh, der. Oh, der. Gah. Honey. Oh, Sabata! Nein, geht doch was essen. Was will er? Hm, ein Objekt kaufen, Chemielabor. Später vielleicht. Mit jeder eine gute Freundschaft etablieren. Das lässt sich einrichten. Ein Objekt kaufen, Schachtisch, später. Jemanden einladen. Wissenschaft, Karriere einschlagen, nein. Später. 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 Ich glaube, der Endlust ist wieder mal nicht routbar. Oh, oh. Später. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, Friolin. Jopp. Ein Sims wurde aus der Stadt verjagt. 25 Fahrzeuge wurden gelöscht. Zwei Fernseher wurden ausgestaltet und eine Steroanlage. So, Friolin wacht auf und Friolin macht sein Bett. Darauf bestehe ich. Danach kann er benutzen und duschen. So, Friolin. So, mal gucken, haben wir hier eine Zeitung? Irgendwo, oh da liegt noch ein Edelstein, sammeln, das hat einen Erntenjob keinen, Sabrina auch nicht, ne, beide arbeitslosen, na super. Kleiner Meteorstein, verkaufen, kriegt auch Geld. Mal sehen, haben wir hier noch irgendwo was? Ach stimmt, der hat ja einen Holocron-Computer, super. Jobs und Berufe, eine Traumkarriere finden. Der hat ja den Holocron-Computer. So, Rettungsschwömer, nö. Akrobat, nö. Zauberkünstler, nö. Sänger. Soll man aus Fridolin Sänger machen? Wär ja mal nicht verkehrt. Was haben wir da noch? Tagespflege, Geisterjäger, Ermittler. Sänger oder Ermittler? Eigentlich müsste ich den Ermittler machen, wenn wir mal dem Original getreu folgen wollen. Aber jetzt mach ich was, mach ich was, mach ich was, ich bin ein Sänger. Ähm, ja. Der Name? Ne? So, mein Jungen. Oh, er will mit Sabrina entlautern, oder? Geknutscht werden, oh ja, wunderbar. So, nur überlegen, was wir aus Sabrina machen. Was hat sie denn da für ein... ...hocherotisches Nachtoutfit an? Ich glaube, ich brauche mal ne Kommode. Oh, was denn? Sänger. Sing und Kram überbringen. Na los, Heinz Berg. Zeig uns was du kannst. Oh. Na mal gucken. Sänger. Liebst dir. Sänger. Wabamobsi quip. Tag a whip. Siebe, 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 siebe Kenzie, wama, flair Zanzi, mag, sko, ma, cam, flou Semse, krell Ebe, glanz, evie, drev Ebe, zanzi, bo, blablabla, blablabla, yeah Wabadon, zifle, ganz, oblede, flum, griebo Ebe, glanz, evie, drev, ebe, zanzi, bo, blablabla, blablabla, yeah Weißt du was, Fridolin, du fährst jetzt mal in den Park Rvodilom ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sagt der Oli und lasst euch die Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.